Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder ein Fashion Haul. Ich war bei H&M und Colosseum shoppen und da wollte ich euch meine Ausbeute natürlich nicht vorenthalten. Und vielleicht habt ihr ja mein Fashion Haul aus dem Juni noch nicht gesehen. Das verlinke ich euch natürlich in der Infobox, da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Als erstes fange ich an mit H&M und da habe ich ein wunderschönes Oberteil gefunden, beziehungsweise ein Jumpsuit. Und zwar passt der perfekt zu dem Sommer. Und zwar sieht der so aus. Also ist weiß und hat so richtig schöne rote Blümchen drauf und geht auch sehr sehr weit runter noch. Und was ich hier auch cool finde, ist, dass der Jumpsuit Taschen hat. Das brauche ich auf jeden Fall immer. Und ja, ich habe mich sofort in dieses Oberteil verliebt, weil es einfach perfekt für den Sommer ist. Und an der Taille hat das auch noch so ein Gummiband, was ich auch wirklich sehr sehr gut finde. Dann sitzt das auch richtig richtig gut. Und der Jumpsuit hat 14,99 Euro gekostet und habe ich in der Größe 38 mitgenommen. Und da freue ich mich jetzt wirklich sehr drüber, den bald anzuziehen. Dann habe ich spontan noch eine Jeans gesucht, beziehungsweise es ist jetzt keine Jeans, sondern eine Jaggans. Und zwar ist sie einfach in so einem ganz normalen Blau mit einer hellen Waschung und geht unten ganz normal zu. Und wie ihr seht, ist das auch ganz schön stretchy und die passt wie angegossen in der Größe 30. Und die hat statt 39,99 Euro nur 15 Euro gekostet. Und dann dachte ich, die muss auf jeden Fall mit. Und das ist jetzt die Größe 30, 32 und ja, wie gesagt, passt perfekt und ist einfach so eine ganz normale Jaggans. Dann mache ich mit Colosseum weiter. Und da ist jetzt ja im Moment super mega Sale. Und da bin ich auch fündig geworden und habe mir so ein graues Oberteil mitgenommen. Und ihr seht das jetzt wahrscheinlich. Das hat so Cutouts an den Schultern und hat so an den Schultern solche Perlen dran gestickt. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, es fällt auch sehr, sehr locker. Ist auch ein bisschen länger geschnitten, was mir aber wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und es hat einen runden Ausschnitt. Und das hat statt 12,99 Euro 7 Euro gekostet. Und da dachte ich, muss es auf jeden Fall mit. Dann habe ich eine richtig schöne Bluse gefunden. Und zwar ist die so dunkelblau-weiß kariert. Und die hat kurze Ärmel, was ich jetzt für den Sommer auch richtig gut finde. Und das ist ein bisschen weiter ausgeschnitten am Arm, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Und die ist halt auch sehr, sehr locker geschnitten, wie ihr sehen könnt. Hinten länger als vorne. Und die hat hier an der Brust zwei Taschen, was ich auch richtig schön finde. Und die Bluse hat statt 12,99 Euro 7 Euro gekostet. Und auch hier habe ich gesagt, die muss mit, weil die einfach perfekt für den Sommer ist. Als nächstes habe ich mir eine kleine, schlabber kurze Hose mitgenommen. Und zwar ist das diese hier. Ich habe nach einer kurzen, lockeren, luftigen Hose gesucht, die man auch zu Hause sowie auch draußen anziehen kann. Und ich hatte bisher nur welche, die wirklich nur für zu Hause waren, die ich draußen nicht tragen konnte. Und ja, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist so schwarz-weiß und hat so ein Floralmuster. Und ja, die ist wirklich sehr, sehr locker und luftig. Und die hat 7,99 Euro gekostet. War jetzt nicht im Sale, aber für 8 Euro kann man auch nicht meckern. Und jetzt habe ich endlich eine locker, luftige Hose für draußen. Wie ihr seht, ich bin total in Sommerstimmung. Seht ihr auch an meinem Oberteil jetzt. Und ich habe mir ein Kleid gekauft. Und das ist auch mit Blumenmuster. Und das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt weiß und hat so, ja, ein dunkleres Blumenmuster. Also nicht so knallige rot-rosa Blumen. Und was ich hier besonders finde, ist, dass man das individuell verstellen kann, bis es genau passt. Und hinten am Rücken hat das auch nochmal so einen Stretchstoff. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also das ist wirklich sehr locker und quetscht nicht. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin eigentlich nicht so ein Kleiderträger, aber das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das hat statt 12,99 Euro 7 Euro gekostet. Und da durfte das auch auf jeden Fall mit. Als nächstes habe ich eine Latzhose gekauft. Viele kennen das ja so in Jeans-Optik und sowas. Aber das hat mir nie wirklich gefallen. Und dann habe ich hier so eine gesehen. Und so ist sie in so einem Kaki-Grün und auch aus Stretch. Und es hat vorne halt auch so ganz normale Taschen. Und dann hier unten das Höschen. Und das ist halt eine kurze Latzhose. Ich mag halt die lange nicht, weil da braucht man halt immer die perfekte Passform. Und ja, dieser hier hat perfekt gepasst. Und darin habe ich mich auch sofort verliebt. Habe ich sofort mitgenommen. Denn er hat auch nur 15 Euro statt 19,99 gekostet. Und ja, da dachte ich mir, nehme ich das mal mit. Und ja, eine Latzhose passt auch perfekt in den Sommer. Das sieht einfach total süß aus. Und kann man halt auch zu allem tragen. Gerade wenn es so warm ist. Und dann einfach so ein kleines Latzhöschen drüber. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil dieses Hauls. Und nicht wundern, es ist wieder mit Blumen. Und total sommerlich und süß und locker und luftig. Das ist einfach so ein Spaghetti-Träger-Oberteil. Wo man auch wieder die Träger verstellen kann, damit es perfekt passt. Und das ist ja so leicht Crop-Top geschnitten. Also es ist nicht lang. Sehr, sehr kurz. Und das hat hier vorne halt nochmal so einen Überstoff. Was dann wirklich sehr, sehr luftig und locker sitzt und liegt. Hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ihr wisst, ich bin total in Sommerstimmung. Und deswegen mussten auf jeden Fall solche Oberteile her. Und ich freue mich total, die bald anzuziehen. Ja, das war es auch schon mit meiner Ausbeute. Geht auf jeden Fall mal zu Colosseum oder New Yorker oder H&M. Da ist überall jetzt Sale. Und da könnt ihr richtig schöne Oberteile bzw. Kleider ergattern. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe vergessen, den Preis zu sagen. Dieses Oberteil hat statt 9,99 Euro nur 5 Euro gekostet. Und ja, das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Schnäppchen. Freue ich mich total drüber. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und über einen kostenlosen Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!